Ja, willkommen zu einem neuen Survivors Together, diesmal mit zwei Abonnenten von mir, und zwar der Exidor 96 und der Matrix. Grüß euch. Moin. Ja, wir wollten eigentlich schon länger. Survivors Talken, endlich kommen wir dazu und starten wir einfach mal die Session. Glauben wir sollten alle gemeinsam sein? Ja, sind wir auch. Hallo. Moin. So, mal schauen, wem es als Ersten erwischt. Gut, weg geht voran. Okay, du gehst voran. Okay. Wer ist, wer, warte, 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 okay, okay, da seid ihr, gut. Ah, wie soll, okay. Dann gehe ich jetzt mal voran. Es leckt zwar ein bisschen, aber es sollte gehen. Ja, bei mir leckt es nicht mehr so dolle. Okay. Bei mir auch nicht. Mir ein bisschen, aber egal. Ach, passt schon. Ja, es geht schon, geht schon. Ihr schaut schon länger her, dass ihr das Spiel gespielt habt. Zwar keine Ahnung, wo ich jetzt langlufe, aber ja. Ja, ich habe ja auch einen Nullplan. Äh, du darfst irgendwo hin. Also, mach einfach weiter. Aber guck nur mit. Ja, ich weiß. Hat es nicht irgendwie geheißen, dass es die neue 3.0 Beta ist, obwohl es eigentlich die 1.0 Beta war? Was man untergeladen hat? Also, was ich untergeladen habe, war 0.3. Okay, also bisher noch kein Wolf. Ey, hier ist eine Mauer. Ne, das ist ein Berg. Ja, hier in der Nähe müsste eine Seite sein. Ey, wie wärst du, wenn wir einfach hochklettern und den Wolf verhasern? Ja, Seite. Ey, die Seite. Ja, meine. Also, ich meine. Sehr schön. Meine. Gut, Mann. So, wer geht jetzt voran? Äh, hellgaming. Okay. Ich versuch's mal. Schöner Texturndenmatsch. Ey, bei mir läuft das ja fast. Ah! Was? Wo? Wo? Tons! Ah! Ich bin zurück! Schade, ihr zurück! Schade, ihr zurück! Na, schieße, Tons! Du, ich nicht! Dem Wolf beißt! Aaaah! Fuck! Es ist hot! Aaaaaah! Aaaaaah! Bittemot! Wo seid ihr? Ich kann nicht mal auf! Hier! Ist er Augen! Ah, shit, shit! Ja, ist er auch Augen! Der steht da drüben. Na, wie geht's? Ich bin weg! Ach, so eine Zigarette für mich! Ich hab Schmack! Ja! Shit! Wer von euch ist jetzt wer? Ja? Gut, okay. Ich bin jeder, was weiter wegsteht. Ist egal, wer jetzt vorgeht. Genau. Da steht einer aus. Wir kommen jetzt weg von... Die Russen haben sie auch super gemacht. Wir sind alle drei Zwillinge. Ja, und wir haben keine Modelle mehr gehabt. Wofür haben wir die Schraubenschüsse? Ja, alle drei Platzküppen. Nee, ich glaub... Weil laut... Weil laut beschreckend sind denen die Haar rausfallen. Wer ist das hier vorne? Warum rennst du? Hilfe! Er will so schnell wie möglich aus dem Wald raus. Nein, Hassfelder. Aber es gibt kein Hinkommen. Nee, es gibt's nie. Sie sind hier? Oh, ein großes Feld. Großes Feld. Ich hab keinen Bock, der Letzte zu sein. Wart mal. Ah, da rechts ist was. Da rechts ist was. Da rechts leuchtet was. Ah! Ja. Ich... Ich nehm die. Das ist meine. Jo, nimm einfach. Nimm einfach. Meine! Das ist ja schon. Meine noch gar nicht. So, dann folgen wir dir jetzt. Was? Mir? Okay, die Gleitung. Mir? Ach so, wo seid ihr? Ja, ich bin nicht so gut. Ah! Nein, 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 nein. Da nicht. Da steht er. Da steht er. Ich hab nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Mir nach, meine Freunde. Äh, meine Kollegen. Jo. Wir laufen einfach auf China. Ja. Wirklich? Ich soll vorgehen? Also ich bin sehr schlecht da drin. Na ja. Da spielt Rotkäppchen. Und opfert sich. Du. Klar. Komm schon. Wenn ich was finde, bin ich Big Boss. Also hinter uns ist nix. Dann müsste er vor uns sein und das will ich nicht. Oder ne, Mon. Ah, da leuchtet was. Da leuchtet was. Ah, ja, da ist noch was. Das ist beide. Was ist da? Sag schön. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr rein. Ich hab die dritte Seite. Ich hab die dritte Seite. Okay. Wir haben schon drei von elf. Ich geh einfach mal vor. Okay. Ich geh jetzt einfach mal vor. Juh, kommen wir da rein. Hab bisher nur zwei Seiten gefunden, glaub ich. Oder drei maximal. Wir haben drei. Jackpot. Ey, innerhalb. Ey, hier waren wir doch. Innerhalb der Protzenzeit. Waren wir hier? Glaub schon. Ohne Witz. Was? Wir waren hier, ja. Oh, oh. Wo ist die AK-47? Also ihr seid hinter mir, ja? Ja. Gut, ich kann es nicht beurteilen. Ach komm, ist doch egal. Jo. Hauptsäure macht Spaß. Das Lustige ist, die Figur springt immer so ein paar Meter. Ich kann nicht laufen. Der wollte mich packen. Ich kann nicht laufen. Mein schwuler Typ, der atmet so scheiße. Also ich hab ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Und das macht mir Angst. Das habt ihr keine Rückblick auf mich. Ich kann nicht laufen. Ja, ich geh jetzt auch. Wir sehen nichts. Wolfi, wo bist du? Ah! Ah! Oh, fuck! Gut, das ist voller Bauch. Gut, das ist voller Bauch. Der war vor mir. Oh. Ich bin tot. Deine Sonnenbonne. Ah! Wo sind sie? Bleib still! Bleib still! Bleib still! Bleib still! Bleib still! Bleib still! Ah! Hinter den Augenblick! Ja! Ah! Ich bin tot! Nein! Was?! Ich bin auch tot! Nein! So, Hex ist noch nicht bestudern. Das ist der Letzte, was noch lebt. Ich bin tot! Mich verfolgt ein böses, böses Wunder. Ach du Scheiße. Ich kriege Angst. Ah! Und da ist die Mauer. Die nur koreanische Mauer. Guck einfach nicht nach hinten! Ich bin down! Wenn du meine Leiche siehst, dann nimm ein bisschen was davon, dann hast du Stärke. Ich will das überleben! Und dann stelle ich... Ich bin dann an deinem Posten. Ich würde gerne tot sein. Nein, nein, nein. Ja, klar. Leise, leise, links, links! Wasser, links, links! HAAH! Hilfe! Mami! Hilfe! Sag mir, wo ist! Hey Gaming! Danke, wegen dir bin ich tot! Hilfe! Du sagst links und ich guck links und da ist ja! Oh! So ein Scheiß! Sag jetzt einfach, wo ich rechts... Sag jetzt einfach, wo ich hinzugehen habe! Äh, wo er nicht steht! Wo er nicht steht! Bitte wenden! Einmal rechts abbiegen! Rechts! Warte! Ja! Scheiße, der Atmmittel! Mit Scheiße! Hilfe! Ich höre ihn atmen! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Nein, 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 nein! Warum bietet er keine Kekse an? Ich hab Hunger! Ja! Der wird doch eh nur 20 Dollar! Warum bettet der gerade mich an? Er findet dich sexy! Du hast einen schönen, äh, Körperbau! Hahaha! Hahaha! Watt doch! Aaaaaaah! Hahaha! 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 Scheiße! Alle down! Alle tot! Hahaha! Alle tot! Nein! Oh! Alter! Hahaha! Hahaha! Scheiße! Warum? Oh, ey! Hahaha! War ja mal ne nette erste Runde! Auf jeden Fall, Alter! Das war geil! Hahaha! Und das nächste Mal sterbt er mich nicht gleich weg! Das war geil! Das war geil! Puh! Macho. Ready? Vielen Dank.